Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. So, jetzt habe ich ein bisschen was gefunden, was ich mehr sagen kann, dann ist es nicht so wenig. Und zwar geht es heute weiter mit dem, was wir hier oben schon die ganze Zeit benutzen. Dieses komische int main, was ist denn das? Und ja, das Ding nennt sich Funktion. Und main ist sozusagen die Haupt- oder Main-Funktion, deswegen heißt sie auch main. Und mit dieser Main-Funktion fängt unser Programm an. Sprich, wenn wir unser Programm anfangen, habt ihr euch vielleicht immer gefragt, warum passiert hier nichts? Warum passiert erst ab dieser Zeile irgendwas? Das liegt daran, dass wir direkt hier in diese Main-Funktion reinspringen. Und von dieser Main-Funktion aus können wir andere Funktionen auch aufrufen. Und main selber ist dann auch eine Funktion. Dazu machen wir das Ganze ein bisschen einfacher. Wir löschen uns den ganzen Kram mit Schleifen, Variablen und so weiter und fangen von vorne an. So, aber das heißt nicht, dass das jetzt weniger wichtig ist oder sowas. Funktionen sind mega wichtig und sozusagen auch eigentlich das Grundprinzip von allem. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt gesagt, aber egal. Es ist trotzdem wichtig. Also ich schreibe jetzt hier einfach mal rein, dass das hier gerade die Main-Funktion ist. So, und ihr wisst, wenn wir jetzt hier das Ganze ausführen, dann sehen wir, dass hier main ausgegeben wird. Ohne backslash n, weil ich mal wieder zu blöd war und das Ganze vergessen habe. So, und wenn ich jetzt hier drin mir noch eine andere Funktion schreibe, dann muss die außerhalb von main stehen. Jetzt haben wir tatsächlich mal eine Verwendung hierfür. Wir schreiben einfach komplett woanders diese Funktion main hin. Äh, nicht main, die andere Funktion eben hin. Okay, also zum Beispiel, wir schreiben auch wieder int. Was das hier vorne tut, also Integer kennt ihr ja mittlerweile, aber was das hier tut, das werden wir noch behandeln. Keine Sorge. Ähm, wir sagen jetzt hier zum Beispiel int, äh, Funktion. So, machen wir ja diese komischen Klammern, was da reinkommt, zeige ich euch auch noch. Und dann fängt das Ganze wieder mit diesen geschweiften Klammern an und innen drin wird jetzt wieder irgendein Code geschrieben. Das heißt, wir schreiben jetzt hier zum Beispiel print, nicht print main, sondern print Funktion, damit wir wissen, dass wir in dieser Funktion drin sind. Okay, so, wenn wir das jetzt aber ausführen, dann sehen wir, dass nur main ausgegeben wird. Denn diese Funktion hier, die wird nirgends aufgerufen. Die einzige Funktion, die von Anfang an immer aufgerufen wird, ist diese main Funktion. Die wird immer ausgeführt. Aber alle anderen Funktionen, alles, was unterhalb dieser geschweiften Klammern steht oder überhaupt, alles, was nicht innerhalb dieser geschweiften Klammern steht, wird nicht unbedingt ausgeführt. Nur, wenn ihr hier drin explizit sagt, ich möchte jetzt gerne die Funktion Funktion aufrufen. Und das tut ihr, indem ihr einfach sagt, Funktion, Klammer, Klammer, Semikolon. Das ist im Prinzip das, was wir mit printf gemacht haben. Printf ist auch eine Funktion, wie wir sehen, nur dass hier noch was reinkommt. Aber was das ist, das machen wir dann alles. Funktion ist jetzt einfach genau dasselbe, nur dass hier eben nichts in die Klammern reinkommt. Und ja, das ist im Prinzip auch schon alles, was ihr zu Funktionen gerade mal so direkt wissen müsst. Wenn ich jetzt das hier ausführe, dann sehen wir, dass wir sogar Funktion zuerst ausgeben und dann main ausgeben. Das liegt daran, wenn wir hier diese Zeile erreichen, dann springt unser Programm, also das, was hier stand oder das, was hier steht, dieses Funktion, Klammer, Klammer, wird einfach ersetzt durch das, was innerhalb dieser geschweiften Klammern steht. Also hier steht der Name Funktion, der muss gleich sein. Die beiden sind dieselben und dann wird einfach das, was hier steht, wird ersetzt mit dem, was ihr hier reingeschrieben habt. Sprich, am Ende steht hier sowas wie das hier. Und genau das war das, was wir gerade ausgegeben bekommen haben, nämlich hier ein Funktion und dann ein main. So, das heißt, wir springen also, wenn wir diesen Aufruf sehen, direkt hier rein und führen das aus, was hier drin steht. Hier kann ich allerdings jetzt auch nochmal eine andere Funktion aufrufen, zum Beispiel eine Funktion 2, Klammer, Klammer, Semikolong. Die gibt es natürlich noch nicht, muss ich erstmal schreiben. Also, ich kopiere mir das Ganze hier einfach mal, mache den Aufruf hier weg und schreibe hier Funktion 2 hin. Und so kann euer Programm natürlich ziemlich kompliziert werden. Ich habe die 2 hier vergessen, ich bin so schlau heute. Jetzt aber. Ihr seht, euer Programm kann also ziemlich kompliziert werden, wenn ihr erstmal von der main Funktion irgendwas aufruft und dann ruft ihr wieder von dieser Funktion irgendwas auf und dann ruft ihr hier wieder diese Funktion 2 auf. Und vielleicht habt ihr hier drin noch ein paar Funktionsaufrufe. Ich kann hier auch noch mehrere Funktionsaufrufe haben. Ich kann ja nicht nur einmal Funktion 2 aufrufen, sondern vielleicht auch 2 oder 3 oder 4 mal. Und das macht sogar durchaus Sinn. Ihr werdet auch noch viele, viele Anwendungen sehen, wo das durchaus Sinn macht. Aber das ist dann im Prinzip einfach genau das. Wir führen diese Funktion, die wir hier aufrufen, jedes Mal von vorne aus. Das heißt, wir springen jedes Mal wieder hier oben rein und führen alles aus, bis wir diese zweite, schließende, geschweifte Klammer hier finden und dann ist fertig. Und ich kann jetzt hier drin auch nochmal Funktion ausführen. Das wird dann ganz komisch werden. Mal gucken, ob ihr rausfindet, was da passiert. Ich lasse euch jetzt mal kurz, pausiert mich, denkt nach und dann schaltet mich wieder ein. Und jetzt reden wir darüber. Wir rufen hier erstmal Funktion auf. Das heißt, es wird Funktion ausgegeben. Dann wird viermal die Funktion 2 aufgerufen und es wird jedes Mal Funktion 2 ausgegeben. Okay, soweit? Das heißt, wir geben allein durch diesen Aufruf hier erstmal Funktion und dann viermal Funktion 2 aus. So, und dann nehmen wir uns dasselbe nochmal her. Das heißt, wir springen wieder hier oben rein, geben Funktion aus und dann viermal Funktion 2. So, und dann springen wir wieder hier rein und geben Main aus. Das heißt, wenn ich das Programm jetzt hier ausführe, wird erst einmal Funktion, dann viermal Funktion 2. Dann wieder einmal Funktion, wieder viermal Funktion 2. Und dann Main ausgegeben. So, also schauen wir uns das Ganze mal in live an. Und was ich gesagt habe, war natürlich richtig. Ich mache das auch schon eine Weile jetzt. So funktionieren Funktionen. Okay, cool. Ja, das war es eigentlich auch schon. Zumindest mit den grundlegenden Sachen von Funktionen. Und die weiteren Sachen werde ich euch dann natürlich auch nicht vorenthalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.